So Leute, willkommen zu einem Update hier bei WoppyLive. Wir gehen heute alles ganz entspannt immer durch, wo wir alles Neues gefunden haben, wie wir die Welt entdeckt haben. Und ein kurzer Tipp und ein kleines Geheimnis. Zum Schluss gibt es noch ein kleines Super-Secret. Also guckt bis zum Schluss das Video. Seid gespannt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt viel Spaß im Video. Bis gleich. Yeah, Feuerwerk in WoppyLive. Leute, guckt euch das an, wie cool das aussieht. Cool. Ich habe ein Feuerwerk für die ganze Welt. Ein Feuerwerk für das WoppyLive Update. Yeah. Leute, ihr seht es schon. Ninnia Pommes jumped auf dem Bett rum. Willkommen zum neuen Update hier. Und das Bett macht so lustige Geräusche. Lass uns hopsen. Yeah. Ja, wir können jetzt nämlich... Ja. Und das Bett? Ist er nicht ein Monster? Uh. Uh. Ich sehe nichts. Da ist nichts. Leute, man kann jetzt nämlich im WoppyLive, wie ich dort ein Update gelesen habe, machen jetzt schlafen. Das heißt, wenn es Nacht ist, können wir uns da hinlegen. Müssen wir nachher mal probieren, Pommes, okay? Ja. So, komm, lass mal die Welt entdecken. Oder weil wir oben 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 oben. Leute, komm, wir checken jetzt mal... Oh! Oh, guck mal, da ist ein Windrad. Wollen wir mal da rauf? Ja, komm. Oh, cool, Leute. Power Cell. Ist hier irgendwas cooles? Autsch. Oh, cool, ein Windrad. Ich kann mich hier ranhängen. Ich komm mit. Komm, wir schnappen uns mal den Gleiter und gucken mal was Neues. Komm, wir machen mal eine kleine Stadtrundfahrt, Leute. Leute, neues Update am Start. Ich habe gelesen, es gibt ja jetzt... Man kann jetzt schlafen, wenn es Nacht ist. Es gibt so einen Ballon-Panzer, habe ich gelesen. Oh, so viele neue Sachen. Und neue Artefakte im Museum gibt es auch noch. Los, komm, bring ich ran. Ach, du machst die Rundfahrt? Ja. Na, dann los. Leute, Pommes am Steuer. Pommes am Steuer. Jetzt gucken wir, was hier alles so neu ist. Oh, Pommes. Hä? Okay. Nein, Kucku, komm zur Eisfläche. Ja, ich bin gerade weggebackt. Weggebackt bin ich. Warte mal. Warte mal, warte mal. Muss ich irgendwie festhalten? Jetzt. Mein klein, mein klein Dino-Pupo. So. Was gibt es noch Neues auf den ersten Blick? Schau mal, fliegen wir so ein bisschen rum? Kommt mal bitte mit. So, Leute, wir checken mal kurz die Wopi-Life-Karte, dass es etwas Neues gibt. Also, das Windrad ist extrem aufgefallen. Das war auf jeden Fall neu. Okay. Hier war es Neues. Ja, da ist etwas Neues. Guck mal. Ey, guck mal, du hast geparkt hier oben auf der Achterbahn. Hier ist eine Hüpfburg. Komm. Nein, nein, Pommes, kommt mal nach oben. Du hast sie geparkt auf der Achterbahn. Geil, Mann. Geil, Alter. Und ja, dort ist eine Hüpfburg. Warte, ich hüpfe von oben rein. Warte, ich hüpfe von oben rein. Warte. Und. Yay. Wow. Komm, lass uns mal von der Achterbahn nach oben bringen, oder? Habe ich gerade gemacht. Alter, eine Hüpfburg. Cool, Leute. Habe ich gerade eine Hüpfburg. Oh, nice. Wow. Gibt es mehr Spaß hier? Boah, gefällt mir. Was sagst du dazu? Oh, ich bin es auch cool. 10 von 10. Ne, ne, Herr Pommes. Ich bin auf dem Dach gelandet. Ja? Ja. Guck mal, hier ist auch, da kann man sich hinsetzen jetzt. Guck mal. Oh, ihr Argen gleich weggebackt. Okay. Ne. Ja, cool. Komm, lass mal checken. Oh, wo soll ein Feuerwerk noch sein? Habe ich gehört. Habe ich gehört. Guck mal, das ist... Ne. Da, da, guck da. Drück mal den Knopf. Fire. Hä? Loil. Drück mal ein paar Mal rauf. Drück, drück. Alter, du kannst jetzt Feuerwerk in Woppy live machen. Wie cool. Das ist das Woppy. Yeah. Feuerwerk in Woppy live. Leute, guckt euch das an, wie cool das aussieht. Cool. Cool. Ein Feuerwerk für die ganze Welt. Warte. Yeah. Jetzt war nichts. Ein Feuerwerk für das Woppy update. Yeah. Nice. Cool. Und ich will auch mal drücken. Guck mal, mit so einer Steckdose einfach so. Sieht so lustig aus. Okay. Nein. Jetzt ist kein mehr. Komm, ich will mal gucken, was der Typ da verkauft. Pommes. Das war schon früher so. Pommes, cool, dass du wie mit dabei bist. Ne. Finde ich über nice. Super. Ich sag, was er verkauft. Der verkauft. Pommes, Wasserflasche, Cola, Tochkorn, Moolido, Pizza, Bömer und Anteanwurz. Ah. Und lecker Pommes natürlich. Und guck mal, hier ist ein neuer Job. Ja, da macht Kaffee, glaube ich. Da steht Kaffee dran. Ne. Das macht so Gedenken. Wollen wir kurz mal in ein Schwimmbecken gucken, da was Neues ist? Komm, wir gucken mal kurz. Ah, es sieht alles wie immer aus. Ja, es sieht alles. Ah, weißt du, was da nicht am interessantesten ist? Komm, komm, weißt du was? Ich glaube, das ist alles zugleich. Komm, wir fahren mal zur Mall und gucken, was Neues im Shop gibt. Ja. Komm, und vielleicht haben wir Neues zum Anziehen. Komm, wir gucken mal. Das ist aber dein Lieblingspart, oder? Alles zu kaufen? Ja. Komm, wir gucken mal. Der kleine Vernierpommes noch nicht kennt, Leute. Er ist hier der Meister des Umziehens. Ja, und... Und zieht sich immer sehr gerne um mit Woppy Live. Genau. Wow, die Ampel ist ja voll. So, Papa ist am Start. Vielleicht gibt es ja auch einen neuen Shop hier. Leute, wir checken das ganze Update für euch aus und gucken mal, was hier Neues ist. Wo bist denn du? Hier. Hä? Wo? Ach, du bist schon drin? Ich hab's gar nicht gesehen. Ist hier ein neuer Shop irgendwo? Ich guck mal, Kuh. Das Feuerwehr. Seit wann haben die Woppy Verkäufer ein Feuerwehrautfit an? Haben die neues Outfit an? Ich glaub, hier haben die keinen neuen Shop gemacht. Und hier eine Tüte und eine Metallpfanne. Was gibt's noch? Eine... Ein... Ein Blitzsack? Was gibt's neu? Was gibt's neu? Es gibt einen Topf? Ach stimmt, es gibt hier so eine Tüte und so eine Metallpfanne, ja. Ach so, jetzt oberschön, das ist nicht voll lustig. Ja, das ist wie Zeus, da bist du der Gott. Oh, das hol ich mir gleich, glaub ich. Das ist cool. It is nice. Ich bin da gar nicht in der Kapitel. Und da gibt's noch ein Kleid, weil du Feuer aufwordest. Kleid, das glaube ich, ja, das ist neu. Ja, cool. Nein, das ist zu alt. Das ist alt. Okay, aber... Aber die Tüte ist neu. Ja. Ähm. Kuh, geh mal kurz raus. Hä? Ich bin in der Kapitel eingeschwärt. Hallo, guck mal, wer ich bin. Ich bin der Herr Frieke. Guck mich mal an. Ja, lustig. Ich hab die Tüte über den Kopf. Das ist der Volltuch. Äh, auweia, Leute. Man kann sich dann Klamotten kaufen. Okay, okay. Ah, jetzt hab ich keinen Jetpack mehr. Ah, nein, ich hab keinen Jetpack mehr. Wollen wir mal in... Oh, oh, es ist gleich Nacht. Wir müssen gleich mal versuchen, schlafen zu gehen. Komm mit. Komm, da kannst du nämlich... Also, Leute, man kann jetzt nämlich, ähm, wenn es Nacht wird, die Nacht über schlafen. Und da kann man sich hinlegen und dann, ähm, kann man nicht schlafen und wacht am Tag wieder auf. Ja, wir können doch auch bei unserer Oma schlafen. Ja. Aber komm, wir gehen ganz kurz nochmal, Leute, zum Museum. Da gibt es auch noch ein, zwei Updates. Ja. Komm, wir gehen uns mal ins Museum, Leute. Mal gucken, ob es da was Neues gibt. So, lass mal checken, was hier Neues gibt, mein Kleiner. Komm, der mächtige Gott mit der Tüte über den Kopf. Ich bin der Gott. Okay, du bist der Gott. So, komm, wir checken mal aus. Komm mal hier unten links. Oh, boom. So, das kannten wir ja schon. Was ist denn jetzt hier neu? Katapult. Okay, hier muss irgendwo was zu machen sein. Irgendwo muss hier leer sein. Es wurde was geupdatet. Super, ich geh mal kurz hier in den anderen Raum. Ich schätze mal, oben schätze ich mal ganz stark. Ah, guck mal, hier unten waren noch die Räume an der Construction. Guck mal hier. Ist hier ein neuer Raum? Nee, schade. Oh, da sind noch... Schau mal hoch und schau mal. Okay. Ja, es muss oben was Neues sein, Pommes. Guck mal nach oben, bitte. Seit wann? Achso. Ja, dann. Nee, nee, das gibt schon alles hier. Hä, die haben gesagt, die haben oben was geupdatet in den Glaskasten. Aber... Das haben wir ja schon alles. Seit wann ist das hier? Wo bist du? Hier. Gucken wir auf der Karte. Ja, das ist neu. Aber ich dachte, man muss was Neues finden wieder. Wir gucken mal eine Runde rum. Ich glaub, die haben... Ah, hier, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Hier, komm mit. Hier ist was Neues, hier ist was Neues. Hier. Oder? Nee, hier sind leere Schachteln. Das haben wir auch. Wir haben schon alles. Wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben alles. Schnell raus hier. Schnell raus hier. Schnell raus hier. Schnell raus hier. Lass, komm, wir versuchen jetzt mal zu schlafen. Komm. Lass mich mal los. Ja. Komm, wir fahren jetzt kurz nach Hause. Leute, wir versuchen jetzt mal auf jeden Fall ab. Der finde ich schon mal ziemlich cool. Das heißt, ihr könnt jetzt Feuerwerk machen, habt neue, coole Adventure-Sachen im Adventure-Park. Und man kann jetzt schlafen. Vor allem gibt es schon mal vieles, vieles mehr. Als das Erste, was mir jetzt um den Nierpommes so aufgefallen ist. Oh, mal gucken, wie es mit Schlafen aussieht, oder? Ja. Ich bin schon ganz müde. So, dass wir erst mal wieder Tag haben. Genau. Jetzt hat... Ich weiß, ob ich schon schlafen kann. Auf jeden Fall hat er vorhin gesagt, wir müssen auf die Nacht warten. Es ist ja eigentlich schon spät abends. Wow. Komm, wir gucken mal. Ey, die Tüte sieht so komisch aus. Ich ziehe es gleich mal aus. So, komm, wir gehen mal gucken. Ich glaube, ich habe gelesen, es müssen alle schlafen liegen. Und dann kann man den Tag beginnen. Schlafen. Ah, guck mal, Nierpommes. Ich muss nicht filmen. Oh, Nierpommes schläft. Oh, wie süß. Nierpommes. Oh, warte mal, schlaf mal schön. Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Pommes braucht seinen Schlaf. Ja, ist ja gut. Ich klebe mich auf. Ist ja gut, ist ja gut. Ich schlaf jetzt. Leute, guck mal. Wuffi. 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 Wuffi, du machst freundlich Dreck. Wuffi rastet aus. Ja, 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 ja. Ich bin Wuffi, was geht. Oh. Okay. Ähm. Yo. Man kann nicht schlafen. Leute, wenn es Nacht ist, können wir schlafen. Den Kompommes fangen wir an. Leg dich mal hin. Ah, fett. Guck mal, dann sieht es aus. Da habt ihr so ein Zzzz über den Kopf. Und wir legen uns jetzt beide mal schlafen. Und mal. Ah. Oh, die träumen jetzt. Guck mal. Oh, wie süß. Was? Ah, es ist wieder Tag. Jetzt haben wir geträumt. Es ist Tag. Hey, jetzt ist doch ein Untergang. Jetzt ist Tag. Schlaf noch mal. Nein, man kann nur schlafen, wenn es Nacht ist, mein Kleiner. Das war cool, oder? Ja, war einfach cool. Auf jeden Fall eine witzige Idee. Wollen wir dann nochmal? Ich habe mich gerade gewundert, ob ich nichts machen kann. Leute, wir fliegen jetzt mal zur... Ne, Pommes. Ähm, wir fliegen jetzt mal zur Feuerwehrstation. Es gibt irgendwo einen Wasserpanzer. Das macht ja schon Sinn. Pommes von der Pro hier. Ähm, dass man dort das Feuer löschen kann. Vielleicht gibt es da ein Secret. Komm, wir gucken mal. Ah, vielleicht muss man auch die Jobs machen, wenn man den Wasserpanzer findet. Was meinst du? Vielleicht muss man dann die Jobs mal wieder machen. Hundertprozentig. Dann. Dann. So, komm. Gibt es jetzt schon was Neues hier? Warte mal. So, für der Feuerwehrstation. Nee. Meinst du, er muss den Job machen, um den Wasserpanzer zu finden? Ich glaube... Also Leute, es gibt irgendwo einen Wasserpanzer, also der Wasserbomben schießt. Und es macht schon Sinn, dass er beim Feuerwehrjob ist. Weil das sah wie schon Fotos aus. Wollen wir mal probieren, ob wir den Feuerwehrjob, ähm, den Wasserpanzer bekommen? Ja. Super. Okay, komm, probier mal. Komm mal. Das ist nicht ganz normal. Das kommt gleich, müssen wir ein paar Mal den Job machen. Komm mal mit. Meinst du, man muss den Wasser... Den Panzer... Aber der sah wie eine Feuerwehr aus, dieser Wasserpanzer. Papa, das ist auf der anderen Seite. Ah. Oh nein. Ich bin stecken geblieben. Nein, Leute. Ich bin stecken geblieben. Wir wollten auch den Panzer holen. Guck, guck. Hey, ich bin unter der Feuerwehr. Oh, Mann. Es geht das Gerücht um, dass die Feuerwehr von Woppy ein Experimenten-Wasserballon-Panzer entwickelt. Sie wollen ihn speziell zum Bekämpfen von Dschungelbrennen einsetzen. Allerdings weiß niemand, wo sie ihn aufbewahren. Ah, man muss den... Ah, meinst du, gibt es einen Zügel im Dschungel? Also, wenn es ein Dschungelpanzer ist, dann gibt es den bestimmt im Dschungel. 100%. Ich muss es da einen Panzer geben. Ja. So, Leute, wir fahren jetzt mal kurz zum neuen Rennen. Auf der Farm ist auch ein Update neu. Da kann man so ein Rennen fahren. Fährst du kurz mit, mein Kleiner? Wer will von da? Ne, ob du mit im Rennen fährst. Ja. Komm, wir machen mal ein Rennen hier. Guck mal, neu vor dem Patch-Up-Direct ist jetzt ein Rennen-Modus möglich. Ah, hier. Mr. Strohhut. Hier, Moin. Ah, okay. Komm, wir gucken mal, was für eine Strecke hier haben. Lass mal einmal losschicken. Los geht's. Fahr schon langsam, mein Kleiner, ne? Ohne die Booster. Wow. Hilfe. So. Ohne die Booster-Lehnen. Oh, die haben die Lenkung. Oh Gott, die Lenkung ist ja überkrass jetzt. So, okay. Jetzt fahren wir um die Farm einmal rum hier heute. Eine Runde Farm-Rennen. Ja, witzig. Ist ja easy, wa? Ja, ich fahr eigentlich ganz normal. Ja, und danach wollen wir mal gucken. Es gibt halt wirklich so einen neuen Wasserpanzer. Und mal gucken, wo ihr den findet. Ich bin ganz stark auf der Vermutung, dass ihr den Dschungel findet. Hundertprozentig. Weil da steht nämlich in der Beschreibung dem Panzer. Man muss den eben, also... Äh, Pommes. Aua. Hallo? Du kleiner Frech, das hast mich ausgebremst. Pommes? Ich will erst mal... Ich will immer, ich will immer Erster sein. Natürlich. Natürlich wird es so mehr Erster sein, mein Kleiner. Natürlich. Ich bin immer Erster. Ja, ja. Auf der Wiese jetzt. Ja, stimmt. Auf der Wiese. Oh, der Zwiebel. Oh Gott. Oh Gott, ich bin super schnell. Nein, ich bin auch gut hier fest. Oh, oh, bin ich schnell, ey. Ich bin schnell. Du musst aufpassen, jetzt geht es dir zur Brücke gleich, ne? Ja. Nein. So, Leute. Wie lange geht dieses Rennen hier, sag mal? Ist ja überlange. Kommst du noch klar, mein Kleiner? Nein, ich kann überhaupt nicht klar. Warum? Weiß nicht. Ich hab nur noch weggekommen. Boah, wie lange ist denn diese Strecke hier, Leute? Alter Falter. Oh, hier ist gefährlich, hier ist gefährlich, wenn man hier runterfährt, ist vorbei. Ich fahre ja auch, wir müssten, glaube ich, bis zur Farm, aber wir fahren hier einmal komplett die ganze Map. Ey, alter Falter. Okay. Oh, kleine Drehung gemacht hier, gar kein Problem. Aua, ey, dieses Go-Kart überdreht so leicht. Oh, nein. Ist die? Nein. Okay. Ich bin voll gut in den Reinen. Ja? Ja, ich bin voll gut dabei. Das Go-Kart, das braucht eine bessere Lenkung, ey. Das ist immer so überschnell überdreht. Wow, ich bin voll abgedriftet. Du bist abgedriftet? Ja. Ja. Ey, hupf ich dich an hier, der hupf mich einfach an. Alter! Also, ich hab's echt geschafft. Nein, nein, nein! Nicht vorm Ziel! Oh, komm, komm! Alter, wie doof! Okay, alles klar, ich hab's geschafft. Okay, ich warte mal auf dich und dann lass mal zum Dschungel eine Runde fliegen dann, oder? Ja, warte auf mich. Ich warte auf dich, na klar. Ich muss... Nein! Ja, Leute, das war das neue Rennen. Ihr habt gesehen, wir sind einmal um die ganze Farm gefahren und einmal hin und zurück. Also, ziemlich crazy. Und da kommt schon der Ninderpommes angerast. Und ab ins Ziel. Los! Yeah, du hast es geschafft. Cool, Glückwunsch, Ninderpommes. Sehr gut. Leute, wir versuchen jetzt mal, ähm, ja, diesen komischen Wasserpanzer zu finden. Im Dschungel. Also, ich... Also, wie es da steht, ist, man muss einen Dschungel vorher löschen. Ich bin ganz stark der Überzeugung, dass man einen Dschungeljob annehmen muss, um den zu bekommen. So, Leute. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr diesen coolen Panzer bekommt, dann seid gespannt aufs nächste Video. Das zeige ich euch nämlich morgen. Das heißt, bis morgen, Leute, seid gespannt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ein cooler Panzerwarte, weil ich gucke euch das an. Man kann Wasserbomben schießen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Nein, denn der Bomben ist... Geh weg! Hau ab, ich schieße dich ab. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich gehe ins Wasser. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Immer ins Wasser. Wow! Autsch.